Schlechte Nachrichten für alle Metal-Fans. Das Wacken-Ersatzfestival Bullhead City muss abgesagt werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklung im Kreis Steinburg kann das für den 16. bis 18. September geplante Metal-Festival nicht stattfinden. Das haben die Veranstalter zusammen mit dem Amt Schenefeld entschieden. Ticketkäufer bekommen den vollen Preis der Karten erstattet. Das nächste Wacken Open Air soll nach zuletzt zwei Absagen am 4. August 2022 beginnen.